Das war eigentlich das Wunder in dem Sinne. Es war offen. Und dann war die Frage, was machen wir jetzt? Also es war ja ein Abenteuer, wo man sagt, man bewegt sich jetzt auch nicht zu weit in den Ostteil, weil man weiß nicht, was passiert. Und wenn die irgendwann wieder dicht machen nach einer Stunde, ist man irgendwie gefangen. Wollte man natürlich auch nicht sein. For 41 years, Germany was a divided country. From 1961 until 1989, a wall even split Berlin in two. The western half was part of democratic West Germany. The eastern half belonged to communist East Germany. And it guarded its borders zealously. Anyone who tried to escape was arrested or shot. For West German citizens, traveling to East Germany was relatively easy. They just had to apply for a visa, which was usually granted. Though vocal critics of the regime were banned from entering East Germany. Like West German filmmaker Hartmut Jan. Also ich kam ja aus Hannover. Man kommt nach Berlin hinein über den Transit. Das heißt, man wird vorbereitet auf diese Mauer. Die Mauer ist nicht einfach eine Grenze, sondern man kommt da hindurch. Man wird durchgeleitet. Man muss bestimmte Regeln erfüllen. Man wird so eingetunt. Und dann ist man in Berlin, West Berlin. Hatmut Jan kam hier to attend University in 1976. Back then, West Berlin was like an island, walled in on all sides by East German territory. Over the years, the wall became part of Berliners' everyday lives. Für die meisten, wenn man hier leben möchte, ist es ein Verdrängungsprozess. Weil man kann nicht ständig unter so einer Bedrohung, Atomwaffen, also was bedeutet das. Wenn man sich das klar macht, dann ist es natürlich ein Wahnsinn. Dann würde man nie mehr hierher gehen. Dann würde man irgendwo in Island leben oder woanders. Auf jeden Fall nicht an der Grenze, wo sich die Waffen starrend die Systeme gegenüberstehen. Es gab ja nur Korrespondenten, eigentlich offizielle. Und die waren limitiert auf einer bestimmten politischen Haltung vielleicht auch. Und wir waren freie Korrespondenten in dem, also 82, 83, bis wir dann auch Einreiseverbot hatten. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir eben den ganzen Osten in den Westen bringen. Und haben dann Spielfilme gemacht. Berliner Blau war dann auch die Zusammenarbeit mit Künstlern. Also die Mauer zu sehen als Projektionsfläche für künstlerische Arbeit. Dann eben Thierry Noir, der dann an der Mauer seine Bilder malt. Wir waren ja Anfang 30 und hatten so einige Erfahrungen, filmische Erfahrungen, haben gesagt, wir setzen die eben um. Und wir haben dann auch schon in den 80er Jahren da mitgearbeitet und dann eben den unangenehmsten Gegenstand als Ort genommen oder als Objekt genommen, um uns da mit auseinanderzusetzen. Es hat sich halt niemand um die Mauer gekümmert. Und das war Anlass genug, uns zu sagen, dann sind wir eben diejenigen, die damit was zu tun haben. Also wir haben die Menschen erlebt, die euphorisch von Ost nach West gegangen sind. Wir sind dann zum Brandenburger Tor, wollten das dann direkt erleben. Und da war die Stimmung ein bisschen unheimlich, weil wenn man sieht, dass sich die Grenztruppen auch formieren, dann haben wir gesagt, gehen wir lieber ein bisschen hier weg. Das ist irgendwie das Zentrum. Wenn irgendwas knallt, dann knallt es hier. Ja, wir sind vom Brandenburger Tor, Invalidenstraße gegangen. Weil Invalidenstraße kannte ich schon von vorherigen Übergängen. Und sind dann hier rein. Und hier war natürlich Halligalli. Großer Auflauf in die Richtung. Und in die Richtung ging eigentlich niemand. Wir waren die einzigen, die gegangen sind. Und uns hat niemand gefragt. Die Grenztruppen haben Hallo gesagt. Und wir haben auch Hallo gesagt. Da wo wir gingen bis zur Friedrichstraße, an der Charité vorbei, war es sehr ruhig, keine Menschen Seele. Und wir hatten das ganze Viertel für uns, also meine Freundin und ich. The wall quickly disappeared from Berlin's cityscape. But where did it go? Who owned pieces of it? In the year 2000, Harputian decided to find out and discovered segments of the wall all over the world. Es war sehr spannend, da zu recherchieren. Kontakt aufzunehmen war auch dann sehr interessant, weil eben diese unterschiedlichen Geschichten und Freiheitsvorstellungen, die mit diesen Mauersegmenten verbunden werden und wie man auch Geschichte dann sieht, sehr unterschiedlich waren. In Osaka, Japan, two segments of the wall remind a Korean monk of his divided homeland. In the US, a piece of wall stands in a sculpture garden in Chalk Hill, Pennsylvania. And at the Imperial War Museum in London, a segment serves as a reminder of the Cold War. The Berlin Wall is now a global symbol of freedom. Every wall that people who are in danger or who are in search for are, will go down. So no wall holds any system that I want to destroy myself, especially in the world, not in today's world. Thank you.